wer also muss es mehr kommen denn es ist nur nicht durch hier auf der Aufrüstung herrn er singen der Kerl auf die Gäste darauf links rechts Lager der Besucher aber ich habe ich spielte Runde ich finde das Folge der Dänen gehen die Ereignisse aus der Bewerber schnell abdrücken kann es tun aber auch verkauft nur das Video ich habe da ist wenn es die auch ihre die Wesensturz g wenigst Schuss hat kein Glück was die Idee was ist das ist was ist das ist um das noch nicht neid war weniger Schaden aber der Feuerschaden ich bin was ist das ich hoffe was was war das in der Woche aufhebeln da wird es wichtig weil das in der Luft war das nur um nur Schottland das wurde die Reise 2 in der Oberkommelsen heißt ich habe die Gäste Alta Schwede diesjahr aus dem ich nicht mehr dieser Komponente der Kotz die Karte hat sie kaufen die Gäste aber willst als sie bisher haben wurden die große nicht mehr schaden er kommt zu mir kommt zu mir richtig krass ist einfach zu verkaufen und selbst weggekauft was ist das ist noch nicht so macht es schaden ist es hier hier ist das auch für uns zocken wir brauchen das geld noch ist das ein kammerjäger warte viel Geld habe ich schon ich hab noch eine Runde das ist mein Gewinn jetzt gerade, ich hab Geld reingemacht nein ich hab da Geld reingemacht, mir wird abgezogen mir wird abgezogen, das ist mein Geld warte äh Sirene ist gewinn, ich hab keine ich bin nicht Sirene ich bin Sirene warum kann ich jetzt nicht aufheben ah hast du den schon? ich hab den gar nicht ey Luki schau mal meine Sniper an ich hab den hey Luki, gib das mal auf, ich kann dich aufheben danke, ich geh weg wow, was hast du gemacht? SMG, warte das SMG ist voll sch... warte äh Marz das ist voll sch... oh nein, oh nein, oh nein... Alter ich bin auch gestorben Leute kriegen nicht die verdammten Fresse genicht Hört mir zu Belieb mich, wieder belieb mich, wieder belieb mich ich wurde scheißspieler, Alter ey das ist meine Waffe pui ich hab kein Geld mehr Wait, was ist das ist das ist, das ist... Leute, das Video hat kein Geld mehr Ich bin jetzt mal raus Ich geh mal verkaufen Machen wir die noch weiter? Ich spiel mal kurz Ich spiel noch ein paar mal Ich hab noch voll viel Geld Ich spiel mich auf 1000 runter Ich hab jetzt noch 26 Dollar Ja man Wenn ihr nichts verhungern wollt Habt ihr zwei Optionen Erstens ihr werdet Banditen Eine schwule Waffe gewonnen Kein Geld mehr Ich biete euch Nahrung, Unterkunft und die Chance für etwas verletzt Hey, ich bin bei dem Kerl da, wo du unten im Schießkeller bist Ja Geh mal dahin, komm mal mit Wieso? Komm mal mit Ist das eine geile Futter? Das ist eine geile Sniper, Junge Ich hab kein Münster Waffe Ich schon Wo ist Loki jetzt? Ich komm mal Komm komm, du dich Sniper an, komm mal mit Die macht irgendwie 70 Schaden oder so Ja, die ist schlecht Ich hab alles nach, aber die macht 103 Schaden Ach fick dich So, wie viel macht deine? 69 oder 70, aber ich seh mega episch aus Meine sind episch aus, guck mal hier Meinen sie episch aus? Ich hab kein Geld mehr gemacht Leute, machen wir doch mal was Ich bin grad, ich nehme grad die ganze Zeit auf Ah, aber Alter, machen wir weiter Kampagne Nein, ich muss nicht nur noch ein paar Mal kaufen Schau uns auf, weil ich hab, ich komm nur so lange weiter Okay, noch dies eine Mal Warte, ich hab irgendwas geiles gerade bekommen, glaub ich Ähm Gut, dass du da bist Was kann das denn? Ich, ich geh jetzt weiter und stoß jetzt vor, ne ich sprich jetzt mit den Typen Komm, Luga, ich folge her Ja, ich komm doch, mein Gott, ey, scheiß euch in die Hosen Ey, ich in die Schnauze, du wusstest dich jetzt hier nicht auf, was weiß ich nicht zu machen Ach was? Ich muss Munizio kaufen Du bist eine Ware, findest du nirgendwo? Das Ding lädt voll langsam nach, Alter Du gehst schon hier weiter Was ist das? Gran-gran- Ist das ein Granaten-Mod? Ja, Alter Wir müssen Vandalen verbrennen Wieso leicht flüttern, wenn du bei mir einkaufen kannst? Ich glaub das Ausrufezeichen ist, müssen wir wählen Verbrenne Vandalen Also, die hinterherrennung, ich hab kurz gesagt Logosch, hier hinterherrennen oder wo? Jaaaa Hey, wo rennst du denn hin? Nein, nein, nein Wechsle die Waffe und schieß nochmal auf ihn Warte, ich will auch mal, ich will gucken, ich will gucken Lass mal Nein, nein, nein Wechsle die Waffe und schieß nach ihm Stumpfsinniger Name, nicht wahr? Ich hätte gerne einen schöneren Namen, bevor mein Almanach in den Druck geht Such ein paar Bulimum-Knochenhaufen, ja? Ich lerne etwas über ihre Ernährung und denke mir einen Griff Wir müssen da gerade hinten hin Kartenausgang verlässt du Ach, sorry Oh Leute, gibt's so viele Emissionen echt jetzt Warum bettet ihr euch jetzt? Hä, wenn er das nicht Wo kommen die Geräusche? Ich hab gerade geschossen Boah, du bist schon fast tot, ey Der hat euch leid Hä? Was? Wir müssen jetzt glaub ich raus, was hängt schon irgendwie Ich geh da mal Ich geh da mal Warte mal Bide Level 9 Ich auch Ich geh da mal Bide Level 9 Ich auch Ich geh da mal Und Achtung Eilmeldung mit Hunter Hellquist. Hier spricht Hunter Hellquist von Hyperion Truth Broadcasting. Das Banditennest Sanctuary wurde durch interne Machtkämpfe und durch die Stärke der edlen Hyperion Streitkräfte so gut wie ausgelöscht. Und soll ich hier weitergehen? Ja. Die Banditen konnte die Welle aus Gewalt, Mord und Korruption die Sanctuary ins Verderben raten. Sanctuary ins Verderben. All die Sniper's cool. Ja die Sniper's recht cool, die ich hab mit 103 Schaden. Alls, lol. Ähm, geradeaus rechts. Ich, da ist schon direkt jemand, glaub ich, oder? Oh, hier sind direkt welche. Oh. Warte mal kurz. Ich will Sniper. Ich will Sniper. Ich wund. Oha, ich muss jetzt ja. Ey, das ist genauso wie die Autosniper bei Cisco. Ehe, ey, 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 ey. Hab dich lieb. Hab dich lieb, lol. Ey, hab dich lieb. Ey, ich nachher… Ja, wenn ich nachher… Verlagge�flotte das… Die Leute, wo bin ich jetzt? woman zu klassischen Hey, Miss Mist, bl记st du schon. Hey... die Zweite weiter selber 9 wir machen Schaden die Antis zumindest ich hab' die nicht angeschossen nicht aber was ist das was ist das was da ein Schuss ja auch nur lassen wir wollen episch geradeaus rechts hier einfach hier ist irgendwas da sind Viecher ja die müssen wir töten ja Leute, das ist meine Verständlichkeit der Frau an mir oder ich bin Nahkämpfer also also diesen One-Hit mit meiner Waffe mit meiner auch Fetter hat eine Axt rausgeholt ok, den ist ja nicht ich lebe lebe nice kann doch welche sein oder nicht in der Theorie müssen nicht ich verstehe ich die Aufgabe nicht ganz wir müssen noch welche töten wir müssen noch welche suchen töten ja ja aber da hinten waren welche immer brauchen wir den Baum wir stecken ein Kaktus äh ach ne wir müssen auch da runter Wasser lass mal Autos holen da hinten liegt was da hinten liegt was es sind Viecher hier sind Viecher wo bei mir wow Ja, die Fischer, glaub ich, müssten die töten. Noch ganz wenig Erfahrung, damit ich level ab. Ja, wir sind alle gleichzeitig level ab, du Idiot. Nein. Nein, nicht komplett, nicht gleich. Wenn man darauf skillt, dass man mehr Erfahrung kriegt, dann z.B. nicht. Aber was liegt denn hier rum? Wie fehlt der noch? Warte, lol, das wollte ich gar nicht, nein. Wo ist meine Waffe? User join the channel. Wir sind am aufnehmen. User left your channel. Warte, ich habe Kürer. Fuck, jetzt weiß ich nicht mehr, was meine Secondary über. War das die Secondary? Ja, das war die Secondary. Wie lange nehmen wir drauf? Ich gehöre mir dann, wir haben jetzt bis 6, würde ich sagen, mindestens. Ja, komm, bis 6 und danach erfresse ich mir einen. Ich sitze hier schon seit dem Weg, seit... Oh, der Augenblick hat das Kraftschluss, Alter. Das ist auch witzig. Hättetviecher, da, 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 da. Es gibt aber Areale, wo wir hin müssen, jetzt holen ein Auto, komm. Du gehst. Wieso, scheißegal. Scheißegal. Du hast Areale hier räumen. Ey, das ist voll die lustige Sniper, die hat Autoschuss. Genau. Der gibt mir hart. Der gibt mir auch hart. Ich kann nur irgendwie... Next Level. Die ist, ich bin vor, ich bin Next Level. Ja, weil wir für dich auch gerade Leute killen. Ich kille die auch, ja? Ja, komm, Alter. Mein Geld. Nein. Zu spät. Leute. Ach, da geht's auch lang. Ey, so schreckt kann ich gar nicht fahren. Aber warum willst du Lugasch nicht, Alter? Ey, da unten liegt eine Waffe, was ist das? Das ist eine Waffe. Na, das ist schlecht. Ja, es ist wohl, gibt's in die Autos. Leute, wir müssen die scheißvollen aufsuchen. Blitzmerker. Ja, mach' doch mal hier diese Kacke hier kaputt. Ey, du bist wie immer unfähig für nichts. Weil was? Was ist für eine Woche? Eine Schottkartige mit Explosionen. Ja, eine Schlechte. Komm, du bist schlecht. Die sind keine Haufen. Nein, echt? Ist ja nicht, was auf der Karte einmarkiert werden oder so. Leute, seid ihr blöd oder so? Hier sind überall Haufen. Haufen sind sehr, die dich einfach so kaputt machen kannst du mit dem Messer hier. Ihr macht den einen kaputt. Da fehlt noch einer. Ja, ich hab doch auch einen kaputt gemacht. Ich hab auch schon einen kaputt gemacht. Ich hab auch schon einen kaputt gemacht. Komm, ich bin sehr nur da so aus, keine Ahnung. Was willst du eigentlich? Nichts. Ja, siehst du jetzt mal einen kaputt. Ja, mach, mach. War der Falsche. Du bist der Falsche, du Idiot. Ja. Da hinten ist einer, der gehört mir. Da sind zwei Dinger, die beiden gehören mir. Hatte ich mir kurz sehen, wie die aussehen. Nur in der Türkei, aber ich weiß, dass du wirklich gut gemacht hast. Ja, ich hab's geschafft. Und ich hab's nicht wieder zurück. So, so sieht das aus. Ja, das hab ich gerade gut gemacht. Am Arsch. Dochников конц Chi1.